Was ist das, was ich angekommen bin? Wie ich angekommen bin, habe ich nur eine Qualmwolke gesehen. Ein paar Fahrzeuge sind an mir vorbeigefahren, auch am Unfallort. Und ich bin dann hier stehen geblieben und aus dem Auto raus. Und an das Unfallfahrzeug von der Straßenwacht haben wir den aus dem Fahrzeug genommen, durch die Scheibe, die haben wir entfernt, und dann geborgen. Und an dem anderen Fahrzeug, an dem Pkw, dort war ein anderer. Das ist eigentlich schlecht. Eigentlich sollte jeder nochmal eine Prüfung machen. Komischerweise, ich bin Kraftfahrer im Fernverkehr und ich kann das nicht verstehen. Also für jeden Mist muss man eine Prüfung machen. Nur dafür nur einmal und das ist nicht richtig. Das sollte öfter sein. Und man kann das eigentlich nicht verstehen, dass jemand vorbeifährt und nicht hilft. also für jeden Menschen zu beraten, dass die Fohr oder andere, dich dienen, im Fernsehen, Und dann fahren Sie die Fohr oder andere. Die Fohr oder andere? Die Fohr oder andere? Sie können nicht verstehen, dass man nicht mehr weil der Fohr oder andere ist. Ich bin ja gar nicht mehr, Aber die Leute haben nicht nicht erfahren.